Wir sind bereit. Hoi! Das ist Robin. Nein, du wirst dich vorstellen. Ich bin Timmy. Ich leite den Verkauf schweizweit und international ein bisschen. Ich mische überall mit. Wenn es brennt, lösche ich etwas. Ich schätze gerne. Ich bin auch im Laden, im Lager. Vielleicht auch Staubsauger. Das machst du nicht so viel? Nein, aber vorgestern. Ich Staubsauger. Ich bin Robin. Ich mache unsere digitalen Marketing-Sachen. Also Social Media, unsere Videos, unsere Bilder. Ich bin auch die, die alle Posts schreibt. Und beim Design mische ich auch mit. Und sonst auch einfach überall hinein. Auch wenn sie nicht immer wollen, dass ich drein spreche. Wie ist das? Ui. Ich glaube, wir zwei sind so verschieden, wie man als Geschwisterti irgendwie sein kann. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso es eigentlich noch gut funktioniert. Erstens Mädchen und Bub. Schon mal Unterschied. Wir haben eine ähnliche Frisur. Ja, das ist so. Aber irgendwie, ja, wir haben eh nicht wirklich, wir haben nie wirklich Puff gehabt. Nein. Und im Büro kommen wir uns wirklich überhaupt nicht quer. Wer ist jetzt Mir? Ich wollte da sein. Okay. Genau. Jetzt. Jetzt. Nein, wir können sich auch tauschen. Es ist meistens so, dass wenn ich irgendjemanden brauche, der etwas flicken kann, oder lupfen, oder sonst irgendwie, mich muss aus der Misere retten, dann rufe ich am Timmy an. Wenn ich jemanden brauche, der mir einen intelligenten Text macht, dann muss ich da natürlich anfragen, wie meine E-Mails, oder eben für die Newsletter, oder sonst irgendetwas. Ich denke, was man an Timmy oft nicht gibt, ist, dass er total handy ist, und das auf verschiedensten Sachen. Also, ich habe zum Beispiel Lismen, und er flickt auch immer seine Sachen, seine Hosen, seine... Pizzeli. Okay, die hat er jetzt nicht geflickt, aber er kann nähen und seine Hosen kürzen, und ich glaube, die meisten Leute geben ihm das nicht. Ich habe auch zwei gute Lehrerinnen, Mutter und Schwester natürlich. Ja, natürlich. Robin hat schon immer eigentlich Dreck recht lässig gefunden, man sieht es ihr überhaupt nicht an, aber es macht ihr nichts aus, wenn sie mal etwas Dreck rumgusseln muss, oder sonst irgendetwas. Ja, ist das cool. Ja, recht lustig. Das heisst, ich gehe auch in die Hose für seine Töcke putzen. Ja, oder den Grill. Das war die grösrigste Angelegenheit ever. Ja. 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 Ja.